Wunderbares Zweitälerland oder besser gesagt wunderbares Zweitälerland. Wenn ihr mit mir, mit Sigi unterwegs seid, der ja auch ab und zu richtige geile Sachen macht, wie zum Beispiel zehn Kilometer barfuß durch alle Lagen des Schwarzwaldes zu gehen, euch Natur näher bringen, euch Weitblicke und Einsichten näher bringen, einfach dabei sein, mit Herz, mit allen Sinnen. Nur so kann man das Wunder oder wunderbare Zweitälerland richtig erleben.